Eine absolute Weltneuheit ist die Produktserie Active Kitchen von Franke und WMF. Dieses intelligente Küchensystem zum Spülen, Rüsten und Entsorgen stellt den Menschen und seine Ansprüche an fließendes Arbeiten in den Mittelpunkt. Franke ist weltweit führend auf dem Spülenmarkt. Der Name Franke birgt für ausgereifte Technik, hohe Material- und Verarbeitungsqualität sowie funktionales Design im Spülenbereich. WMF-Produkte für Tisch und Küche werden seit Generationen wegen ihrer Qualitäten geschätzt. Die ausgereifte Erfahrung beider Firmen hat eine völlig neue Auffassung von Spüle und Zubehör hervorgebracht. Active Kitchen ermöglicht Küchenarbeit in einer neuen Dimension. Das System aus Spülbereich, Profilleiste an der Wand und mehr als 30 passenden Zubehörteilen ist in Funktion und Design perfekt aufeinander abgestimmt. Viele Zubehörteile können einfach waagrecht in die Profilleiste eingesteckt werden. So entsteht eine zusätzliche zweite aktive Arbeitsebene an der Wand. Active Kitchen macht Sinn, macht Spaß. Durch Erlebnis, Funktion, Design und Qualität. Lassen Sie sich begeistern, wie viele neue Möglichkeiten Active Kitchen Ihnen bietet. Das Gemüse wird im Komfortbecken gewaschen und danach zum Abtropfen in den Seier gelegt. Das zugehörige Schneidbrett passt genau auf die Abtropffläche und kann über dem Komfortbecken arretiert werden. Vom Schneidbrett kann direkt in die Auffangschale hineingearbeitet werden. Die anfallenden Abfälle werden in der praktischen Resteschale im Komfortbecken aufgefangen. So ist der Arbeitsplatz schnell aufgeräumt und sauber. Anschließend wird das geschnittene Gemüse in einer Auffangschale an der Profilleiste gesammelt. Ins vielseitige Komfortbecken passen die Einsätze, wie zum Beispiel die Rührschüssel, exakt hinein. Die Dreifachreibe wird mithilfe der Rippen über der zugehörigen Schale arretiert. So kann sicher direkt in die Schale gearbeitet werden. Die Rührschüssel integriert sich passgenau in das Komfortbecken. Das ist ideal, um Soßen zu schlagen. Zum Anrichten von Speisen eignet sich auch das Abstellgitter, welches exakt auf das große Spülbecken passt. Herz des Systems ist das Komfortbecken zum passgenauen Integrieren der Salatschleuder, der Reibe mit Schale, des Seiers oder wie hier des Abtropfsiebs. Wird das Abtropfsieb mit gestoßenem Eis gefüllt, können darauf die Garnelen frisch gelagert werden. Die abgelösten Garnelen werden auf dem Abtropfrost abgelegt, die Garnelenreste werden in der praktischen Resteschale gesammelt. Das verwendete Eis kann nun wieder im Spülbecken entsorgt werden. Mit der Resteschale können Abfälle sauber entsorgt werden. Durch die seitlichen Öffnungen fließt Restflüssigkeit ab. Der geschlossene Boden verhindert lästiges Tropfen beim Entsorgen in den Franke Sorter 700 im Spülenunterschrank. Anschließend werden die Garnelen im Komfortbecken unter fließendem Wasser abgespült und auf dem Abtropfrost weiter zubereitet. Fließend wird zwischen den Becken und Abtropfflächen sowie zwischen den Ebenen gearbeitet. Schüsseln, die gerade nicht benötigt werden, werden in die Profilleiste gesteckt. Das ist praktisch und ergonomisch zugleich. Es entsteht eine größere Arbeitsfläche, die gleichzeitig auch optimal angeordnet ist. Lästiges Hin- und Herlaufen entfällt. Die Arbeitsfläche passt sich dem Arbeitsstil flexibel an. Mit der über dem Komfortbecken arretierten Reibe wird die Zitronenschale gerieben. Anschließend werden die Dips sowie die Marinade in der Rührschüssel zubereitet. Das Abstellgitter ist ideal zum Marinieren der Garnelenspieße. Active Kitchen ist weltweit das erste Spülrüstzentrum mit integrierbarer Salatschleuder, die ebenfalls exakt ins Komfortbecken passt. Sie wird am Beckenboden arretiert. Beim Schleudern fließt das Wasser direkt im Becken ab. Der Seier-Einsatz kann auch separat verwendet werden. In die Profilleiste eingesteckt, kann Tropfgut im Seier abtrocknen. Das Tropfwasser fließt im darunter befindlichen Ablauf ab. Für eine Mousse au Chocolat wird zuerst die Sahne in der Rührschüssel im Komfortbecken geschlagen und in einer separaten Schüssel an der Profilleiste aufbewahrt. Anschließend wird die Rührschüssel abgespült und zum Kaltschlagen des Eischaumes verwendet. Hierzu wird das Komfortbecken wieder mit Eis gefüllt. Das zentrale Komfortbecken lässt sich zum Warmschlagen separat mit Wasser befüllen. Die Rührschüssel mit der kleingeschnittenen Kuvertüre kann im Komfortbecken auf heißes Wasser gesetzt werden. Hier wird die Schokolade geschmolzen und gleichmäßig verrührt. Nun können auch alle weiteren Zutaten von der Profilleiste genommen werden. Sie werden im Komfortbecken in der Rührschüssel untergehoben und glatt gerührt. Nach dem Abkühlen der Mousse kann mit dem Anrichten begonnen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Active Kitchen Spülrüstzentrum hat drei getrennte Entwässerungsbereiche. Die Tropfmulde hinten mit dem Troflex Abtropfblech, das große Arbeitsbecken und die Arbeitsfläche, die über das Komfortbecken entwässert wird. Die Schwenkarmatur aus gebürstetem Edelstahl ist auf aktiven Einsatz abgestimmt. Durch ihren Schwenkradius erreichen sie alle Bereiche mühelos, zum Wässern oder Reinigen. Auf dem Troflex Abtropfblech über der Tropfmulde können Gläser sicher außerhalb der eigentlichen Arbeitszone abgestellt werden. Das Tropfwasser läuft im separaten Ausguss ab. Den Spülbereich gibt es auch als Einbauvariante mit Wandanschluss. Die etwa 5 cm hohe Aufkantung bietet zusätzliche Stellfläche, Spritzschutz und erleichtert die Reinigung. Active Kitchen ist das einzige Spülensystem weltweit mit zentralem Komfortbecken, mit integrierbarer Salatschleuder und mit der Profilleiste, die eine zusätzliche Arbeitsebene schafft. Active Kitchen. Macht Sinn. Macht Spaß. Die Schwenkarmatur aus gebürstetem Edelstahl.